Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen es gibt, die im Alltag mit Ängsten zu kämpfen haben. Das beginnt bei so relativ fremlosen Dingen wie die Angst vor Gruppen zu sprechen und geht bis zu echten Phobien, Spinnenphobie, klassische Flugangst. Und wenn Angst so eine Dimension erreicht, dann kann das unser Leben massiv beeinträchtigen. Möglicherweise bist du als Coach oder als Trainerin immer wieder auch mit Menschen konfrontiert und hast immer wieder mit Menschen zu tun, die genau mit diesem Problem zu kämpfen haben und bist schon längst auf der Suche nach einer Methode, wie du an dieser Stelle punktgenau helfen kannst. Dafür habe ich jetzt eine Lösung für dich. Wingwave ist die effizienteste Methode, um bei Leistungsstress, Angststress, bei allem, was mit Ängsten und Phobien zu tun hat, in kürzester Zeit punktgenau zu coachen und für deinen Klienten schon nach zwei, drei Coaching-Sitzungen wirklich eine Lösung zu finden. Wenn du bereits fertig ausgebildeter NLP-Practitioner bist in einem der europäischen Dachverbände oder Lebens- und Sozialberater bist oder eine fertige Ausbildung als systemischer Coach hast, dann bist du auch bereit für die Wingwave-Ausbildung. Dauert nur vier Tage und ist deswegen so kurz und so effizient, weil es um eine einzige Methode geht, auf die wir fokussiert sind. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich jetzt an. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen.